Ja, vieles ist heute anders als andere Jahre. Wir feiern draußen, wir halten Abstand, wir tragen Masken. Und doch ist er einfach so da wie immer. Jedes Jahr an Weihnachten zusammen mit den anderen bekannten Figuren und Gestalten aus Weihnachten. Zusammen mit Maria und Josef, zusammen mit den Hirten, zusammen mit den Weisen aus dem Morgenland, zusammen mit den Engeln, ist er so da wie immer. Jesus, die Hauptfigur von Weihnachten. Worauf kommt es an Weihnachten an? Vieles ist wichtig. Vieles gehört dazu, wie die Plätzchen, die Sterne in unseren Einkaufspassagen, der Christbaum, die Geschenke. Aber ohne Jesus gäbe es keine Weihnachten. Einfach Jesus. Gott wird an Weihnachten sichtbar. Seine Liebe, seine Menschenfreundlichkeit, er zeigt an Weihnachten sein wahres Gesicht. Wenn wir nur auf Jesus schauen, ihn in unser Herz einlassen, sein Bild aufsaugen wie ein Schwamm, dann ist es schon genug. Denn er ist die große Hoffnung, auch in diesen Zeiten. Er hilft uns durchzuhalten. Er hilft uns auszuhalten. Er hilft uns zu hoffen. Er ist unsere Hilfe und unsere Hoffnung. Weihnachten. Das heißt einfach Jesus. Nichts weiter, nur er. Er ist unsere Hilfe und unsere Hoffnung.